Dankeschön. Und nun? Derby? Chat? Er lebt, er lebt. Okay. Wer gewinnen? Ich! Jimmy Hopkins! Das ist wer! Wer gewinnen? Du! Wer? Jimmy Hopkins! Verrückt! Das ist richtig, Damen und Herren! Ich! Ich bin der Vater jetzt! Na komm her! Ich bin der Vater jetzt! Ich glaube, dass du schwer bist, oder? Du brauchst nicht mehr davon, Johnny! Du lösst mit mir? Du schreifst mit mir? Du schreifst mit dem Harlot, den ich liebe? Ich werde dich schreif! Du schreifst mit mir? Gut. Es ist super. Du schreifst, nichts fürd. Wir können uns alle dichью haben. Du schreifst, geh Б Потом. Du schreifst mit mir. Du weiss, du schreifst mit mir! Ich gehe aus unseren 보여ger! Bei uns zuogen, Jimmy! da krieg ich schon irgendwen hier die sind doch eben im auto schneller oder was warum die mich nicht einfach da war ein fight könnt ihr den nicht aufhalten und mich nicht hier irgendwie verfolgen hallo vielleicht mal daran gedacht denn bloß so ein humble mann mit oder kann mir nicht irgendeiner helfen hier da kommt was ok was haben wir denn jetzt geil du hast versagt ich werde bestimmt kaputt geschlagen von dem arsch und wie können die jetzt eine kette ziehen auf einmal da lag noch nicht mal eine kette und ich werde gleich vermöbelt alter warum ist peter warum verprügeln die nicht einfach piet ha 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 Komm schon. Ein direkter Kampf. Alter Schwede, ey. Ich habe da eine gute Faust drauf. Na komm schon. Es ist einfach gegen Russell zu kämpfen. Ja, Russell war auch ein Tier, Alter. Na... Komm schon. Mal mir schnell. Boah, Alter. Kann ich noch verlieren? Eigentlich ja. So. Ach, endlich. Kurz vor knapp. Aber wie war Peter? Duh. Ich bin in charge. Du machst das, was ich gesagt habe. All right. Ich gebe auf. Du kannst sie haben. Wer? Was? Was bist du mit, Johnny? Lola. Du gewinnen. Sie ist deine. Das hat nichts zu tun mit ihr, Mann. Ich bin nicht egal. Du kannst dich selbst behalten. Was? Du willst nicht? Dann warum hast du das gemacht? Warum hast du kämpft? Nur um zu prüfen, dass du dich schwerer als ich? Das ist richtig. Und du oder dein Juni vergleichst. Ich bin schwerer als du. Also vielleicht wird du jetzt alle beurteilen lassen. Du arbeitest für mich jetzt. Oh, Mann. Ich glaube, jetzt haben wir fast alle auf meiner Seite, oder? Elliot. Kapitel zu Ende? Das ist natürlich geil. Oh, ich glaube, Kapitel zu Ende. Ja. Ich fühle mich ziemlich gut über mich. Ich habe nur die Kontrolle von zwei der Schuhen peinlichsten Klicken genommen. Aber ich weiß, dass es größere Probleme gibt, nur um die Körner. Probleme mit übergewalteten pituitaren Glänen und die Größe der Größe von Peas. Was ist, Pete? Jetzt bin ich cool, ich bin nicht sicher, dass wir mehr Freunde sind. Was? Ich bin mit dir. Real funny, Jimmy. Wenn du mit diesem Ort bist, deine Karriere auf der Stadion erwartest. Vielleicht wie ein Mann-Stripp oder so. Was? Also, um... Was für Gary? Ich habe ihn nicht gesehen. Aber wenn ich jemanden sage, dass ich eine Frau war, und ich habe ein Sex-Change, oder dass meine Mutter slept mit Krabblesnitz to gete mich in hier, ich denke zu mir, Gary, was ein Kerr. Du hast mich nicht immer ein Dork. Well, ich denke, er ist nicht immer falsch. Ist das wirklich was du denkst? Whatever, Jimmy. Ich stand up für dich, und du denkst immer ich ein Dork. Du bist ein Kerr. Und du bist ein Dork, so wir sind. Whatever. Ich bin weg. Ow! Now, vielleicht nächste Mal, du kannst du nachdem, wo du gehst. Was hast du das für? Oh, ich bin sorry, Psycho. Did I hit your boyfriend? Ja, Psycho, du versuchen, unsere Arten zu machen? Nein, ich denke, ich werde das mehr publically machen. Ich bin wirklich Angst, jetzt. Ich bin wirklich Angst. Ich mache die Linebackers jeden Tag, pal. Whatever, pretty boy. Du hast es dir. Ja, wir sehen uns. Ouch. Go have some fun in den Kommunal-Showern. Oh, ich habe gerade mein Soap. Bitte, ich habe ihn für mich. Losers. Petey, komm. Ich glaube, wir haben ein paar neue Leute gefunden, die mit Spaß haben. Geile Sache. Jimmy, vergib mir, aber ich muss gehen. Was ist passiert? Hey, du. Sports are fun. Okay, also kann man sich ja anvisieren. Dann würde ich sagen. So, vor der Schule. Geben wir noch ein Stückchen. Schauen wir hinter uns. Schön vor der Schule so, würde ich sagen. Ich will hoffen, dass das nächste Kapitel hat euch gefallen. Beziehungsweise das letzte Kapitel, was wir jetzt abgeschlossen haben, hat euch riesen gefallen. Wir sehen uns im nächsten Kapitel. Und würde sagen, bis dahin, euer Flashdote.p. Und tschüße. Und immer schön im Unterricht schwänzen. Und tschüss.